so da ist es liebe leute unser gerät ist angekommen der bosch laubbläser mit dem akku den ich schon in den shots gezeigt habe zum aufladen und wir sind bislang ganz begeistert wollen aber auch zeigen der ist richtig gut der start so 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 Sollte die Abwechslung des Abwechslungsgeräts. Untertitelung des ZDF, 2020 Also als Fazit, dieses Bosch Gerät hier, Made in China 822, guck mal, ist ganz neu, den ich jetzt bekommen habe, also der ist super, das sieht man, jetzt musste ich leider umsteigen, weil ich habe ja eigentlich nur diese grünen Akkus für Home and Garden, und da habe ich mir so viele Videos angeguckt, es gibt ja auch diesen grünen Laubbläser, aber da stand überall, das ist nur ein Föhn, Finger von lassen, ist nicht so gut, und nasses Laub macht er gar nicht, Aber das Ding hier, hier, das ist nasses Laub Absolut perfekt, oder? Und der ist richtig schön klein, mein Sohn kann damit umgehen, ich kann damit umgehen, der ist super, finde ich klasse, finde ich super, kann ich nur sagen, kann man kaufen, der ist echt klasse, der hat Kraft, gut, auf Stufe 2 hält der Akku jetzt vielleicht 10 Minuten oder so, Aber für meinen kleinen Hof reicht der, für meinen kleinen Garten, und nasses Laub, ich habe vorhin gezeigt im Video, so ein Stein, auch kein Problem, bisschen Rinde, nasses Laub, alles kein Thema, der ist super, könnt ihr kaufen, kann ich Empfehlung für da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, wir testen ganz oft Sachen, lasst ein Abo und Like da, viel Spaß, noch, danke.